Hallo und herzlich Willkommen hier! Es hat doch geträgt mich... Der Martin! Der Martin! Gegenhauf, ich bin eine Runde musta-bur-dats... Und wir sollen die Achterbahn bauen! Achterbahn! Das wissen wir... Ich bin ja der beste in den Achterbahn bauen... Jaja... Wie die anderen schon wieder quitten... Da habe ich ne Chance! Ne schöne Chance! Weiß ich kann nicht singen. So, gucke mal! Wo machen wir den Anfang? Da, da, da! Da, da gibt's direkt einen schönen Puls. So, direkt mal ein paar Schienen hier, ne? So wie es sich gehört. So, erst mal die Strecke vor. Der geht dann wieder hoch. So. Ja, halt, irgendwo habe ich jetzt einen Fehler dran. So, da könnte ich einen Bust erschienen. Ähm. Dann geht er da. Da wird ein Bust. Da runter. Ohne Bust. So, ich hoffe ich werde diesmal fertig. Ja. 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 Und sonst haben wir wieder gekackt. Ja. 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 Was ist hier ein Boost? Dynamo und Schwingen boost? Over hier ist das Schwingen 4? Ja, das ist ein Schwingen. Ja, das ist ein Schwingen. Ja, das ist ein Schwingen. Jetzt brauchen wir die Schwingen. Oh, sehr schön. Das ist ein Schwingen. Das ist ein Schwingen. Nein, das will ich nicht tun. Gedanen boost. Gedanen boost. Da unten. So. Ist auch noch ein Minecraft, das ist ganz wichtig. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Wo haben wir denn hier ein Minecraft? Was ist denn das? Ähm, da hab ich... ja genau. Eine Minute noch. Das schaffe ich. So, wo haben wir denn hier noch? Kohle. Kohle da. Was ist mit Kohle? Und Redstone Fackel. Ganz wichtig. Redstone. Wer ist die Maschine? Ich möchte ein Grund ändern. Machen wir jetzt diesmal so. Ich ist schon fertig. Ich auch fertig. Oh, ich hab was ganz Wichtiges vergessen. Egal. Na ja, ist der Bleeding. Hier reinhetzen. Ich will fahren. Juhu, Achterbahn. Yippie. Hoch da. Und wieder runter. Da. Was ist das? Abstehen? Ja. Für fünf Minuten Arbeit. Ähm, was ist das? Der hat eine Rolle gebaut. Der hat eine Rolle, der hat das voll verstanden. Oh man. Chopper LP, na ja. Ähm, was ist das? Ne, 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 ne. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Sieht zwar relativ nice aus. Aber viel zu einfach. Weil es war eine Rede wegen der Achterbahn. Nein, ich will fahren. Ja. It's, it's okay. Im Gott. Im Gott. Ist deins Dirk, ne? Lol. Huiiii. Aber schön gebaut, ne? Ja, aber ich fährt in der Luft, die Achterbahn. Hier, lass mich reinsetzen. Mitfahren, mitfahren, mitfahren. Cutting me. Ist ne mehr. Ich bin der Achterbahnfahrer. Los. Was ist das? Jau. Darf wieder Achterbahn fahren. Juhu. My eyes. I'm bleeding. Hier kommt ein Meh. Hallo. Tschüss. Ich bin der Achterbahnfahrer. Kann ich nicht gebrauchen. Ah, Auswertung. Oh. Perfekt. Junge. Ich bin erster wieder. Ich bin zweiter. Ich bin erster wieder. Ich bin zweiter. Tschau. Tschau.